Es ist erstmal eine Vielfalt der Presselandschaft, Pluralität. Zweitens, Regionalzeitungen sind da in der Region verankert. Sie pflegen auch das, was man unter dem großen Begriff Heimat subsumieren kann. Sie sind also lokal orientiert und aus diesem Lokalen geht es dann hoch bis in die Weltpolitik, wie bei großen überregionalen Zeitungen auch. Das, glaube ich, macht den Charme aus, diese Verbindung von beiden. Und das führt ja drittens auch zur Identifizierung der Menschen mit ihrer Heimatzeitung. Es ist auch ein Bestandteil ihrer Heimat, also ein bisschen so etwas Existenzielles für den, der seiner Heimatzeitung treu bleibt. Insofern ist das schon ein Markenzeichen, das wir haben, und zwar auf hoher Qualität. Jetzt ist der Teil des Charme, also ein ganzer Sinn, das wir haben, und zwar auf hoher Qualität, wir haben, und zwar auf hoher Qualität der dog, oder auf hoher Qualität oder woher Qualität der Menschen mit ihrer Heimatzeufe. Und zwar auf hoher Qualität der Menschen mit ihrer Heimatzeufe. um das Team mit der Menschen mit ihrer Heimatzeufe. und zwar auf das Verkaufnahme der Menschen mit ihrer Geheimnisse und seiner Geheimnisse. Und zwar auf der großen Mal jedenfalls, Vielen Dank.